Ja, wenn ihr Lust habt, wieder mitzukommen, ich sage, kommt einfach mit. Krass. Ich laufe hier ganz alleine lang. Ich habe ein paar Worte hier. Ich habe es hier. Ich habe es hier. Ich habe es hier. Ich habe es hier. Oh Gott. Mein Gott, mein Gott. So, wir sind jetzt mal rausgegangen, weil da drüben haben wir auch noch mal einen Durchgang. Ich würde sagen, dann gucken wir uns das zuerst an und dann gehen wir innen drin weiter. So, ich würde sagen, dann gehen wir innen. Komm schon in den Nebenraum, dann ist es auch schon mit der Ende. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist so zu gewünscht. Ich habe schon was mit den Fenstern. Ja. Ja. Ja, das müssen wir auch passen. Die ganz alten Fliesen. Ganz vorsichtig. Ich glaube, da vorne wird auch Ende sein. Das sieht auch geil aus von der Seite hier. Boah, richtig geil. Schaut mal. Das sieht stark aus. Wir gehen jetzt mal Richtung Ausgang, da ist ja auch noch eine Treppe. Ja. Ach, dieses Gitter, ja. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Hier war das. Das sieht nicht sehr stabil aus. Hinten haben wir auch noch eine Treppe. Hinten haben wir auch noch eine Treppe. Was doch, da kommst du nicht da hoch. Ne, ich würde das nicht riskieren. Das sieht aus, als wenn das da oben so Sitzbänke mal waren. Ich drücke hier oben gegen. Das sind Sitzbänke, ne, wie ich doch gesagt hatte. Pass nur auf. Ja. Ich habe keine Sitzbänke, das sind Waschbecken aus Stein. Ne, das ist ja einfach so angelehnt. Hat schon was. Das ist ja mal zum Fotografieren. Nimm mal erst das Gerät an. So, ich reiche dir mal die Kamera gleich an. Ja. Ja. Das muss ja oben mal füllen. Läuft schon. Er übernimmt jetzt die Kamera für mich. Jawohl. Also das sind Waschtisch oder sowas, ne? Ja, das würde ich sagen, Waschtische. Was holen Sie da aus, die Sitzbänke? Habe ich auch erst gedacht, aber hier sind so Einkerbungen. Ja. Was ist so ein Bunker? So eine Seite. Ja. Dann der große Grundbogenfenster. Ein paar Kreuze. Das ist doch oben komplett da, ne? Ja. Hier am Ende, ja. Das sieht aus, wenn gleich Wunder kommen würde. Sehr komisch, aber. So. Ich muss nur erstmal mich in Form bringen. Ich komme erstmal da runter. So, warte, warte noch nicht runter. Erst wenn ich soweit bin. Erst, genau. So, ich halte das jetzt fest. Wo sehe ich denn, was ich filme? Ach so, hier. So. Drei, zwei, eins. Willst du springen? Nee. Boah, ich wollte schon sagen. Ich halte jetzt fest. Ja. Und wie war das oben? Wie war's? Schick. Schick, schick. Nett. So, wir gehen jetzt weiter. Trostlose Gänge. Und wir haben ja hinten noch die Treppe dahinter. Boah. Ist hier ein Staub drin, ne? Ja. Ja. Wir brauchen aber mehr die Mermik hier. Aber die alten Waschtes hier. Für sich mal ein anderes, ne? Ja. Hier, du möchtest die Wärme hier? Ja. Hier ist direkt wärmer. Ja. Komisch, ne? Ja. Sehr, sehr komisch. Schuhe. Kinderschuhe. Ja. Ach, die möchte ich auch fotografieren. Kinderschuhe. Ja. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Feuerstelle, ne? Jo. Warte mal, ich mach mal mein Licht mal aus. Jo. So. Das sieht aus. Das sieht ja nicht aus. Ja. Ende. Das passt. So. Wir sind jetzt durch. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Lasst mir Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Und ja. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.